Ich schwöre, ich freue ihn gleich! Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Youtube Video von Alicia! Warte, von? 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 Von Alicias Mandai! Wuhuuu! Wir haben, warte, stopp! Wir haben heute eine Mission! Ja, wir haben spontan entschieden heute nochmal auf den Dom zu fahren! Wir waren ja gestern schon auf dem Dom und ich hab nichts! Wir haben nichts von dem gewonnen, was wir gewinnen wollten! Und heute koste es, was es wolle! Ich schwöre es euch, ich werde bis zum Ende auf dem Dom bleiben! Ich werde auch vorsichtshalber Ellas Abendbrei mitnehmen! Ne, nicht mit mir heute! Nicht mit mir! Mama! Ja, bitte? Ich hole Ellas Brei! Packst du Ellas Brei ein? Du bist eine tolle Schwester! Ähm, genau! Ich wollte Glumanda gewinnen! Und einen großen Teddybär! Und Mia, du darfst natürlich auch noch was aussuchen, was wir heute gewinnen! Weil der große Teddybär ist für Ellas Zimmer und Glumanda ist für mich! Und Mia darf sich natürlich auch noch was aussuchen! Und ich werde alles auseinander nehmen! Ich hab schon einen Teddybär! Ja! Ja, aber der ist voll hässlich, den du gestern gewonnen hast! Nee, der soll sich dann zu klein! Ja, aber wir wollen auch noch was Großes gewinnen! Ja! Ja, dafür machen wir uns jetzt ready! Ich war jetzt eben live, hab mich mit euch fertig gemacht! Und jetzt geht es direkt weiter! Ich werde jetzt erst noch... Darf ich Ellas Brei einpacken oder möchtest du das machen? Ich! Dann komm mit! Dann holen wir jetzt einmal Ellas Brei! Dann holen wir jetzt einmal Ellas Brei! Okay? Und die bringst du mir dann hoch, okay? Gucken wir mal! Wir nehmen einmal... Brauchen wir... Guck mal, wir nehmen jetzt einmal ein großes Fruchtgläschen mit Fela, damit sie auch möglichst lange satt ist! Und ich nehme zusätzlich noch... Gries ist schon mal selten... Ist hier noch irgendwas mit Hafer? Weil Hafer sollte das auch immer ganz gut! Okay, dann nehmen wir den mit Gries mit! Dann nehmen wir noch Kirschbanane Gries, noch ein Quetschen mit! Und wir nehmen noch ihre Reiswaffe mit! Dann sollten wir... Und vielleicht... Oder? Doch! Ich möchte mit einer Peile die Kekse! Die Kekse! Willst du auch noch ein Quetschi für dich mitnehmen, Schatz? Nein! Brauchst du kein Quetschi? Nee! Du möchtest auf dem Dom dann was essen, ne? Mhm! Okay! Oh, ja stimmt! Für dich gibt es ja so leckere Sachen auf dem Dom! Nehme ich noch eine Flasche mit dem Fela? Nee, oder? Nee, ne? Ist übertrieben, ne? Nein! Okay! Dann haben wir alles! Windeln haben wir noch und Feuchttücher, ne? Wechselklamotten haben wir! Alles fertig! Alles fertig! Dann Abfahrt! Los geht's! So, wir sind jetzt on our way zum Hamburger Dom! Ella ist eingeschlafen! Mia ist wahr! Wow, sieht auch ganz müde aus! Ey Schatz, was ich nochmal sagen wollte! Na, ich liebe das hier an Jan, ne? Weil ich bin ja schon ein sehr spontaner Mensch, ne? Ne, ich bin auch ein sehr spontaner Mensch! Ja, aber ich liebe das, weil Jan ist bei allem immer dabei! Weißt du, ich komm bei ihm an, ich so, ey komm, können wir heute nochmal zum Dom? Ja, machen wir! Er ist so unkompliziert, was das angeht! Weil manche so, nee, wir waren doch jetzt gestern schon da! Kann ich nichts mit anfangen! Jan ist immer bei allem dabei! Mit Jan kannst du los, Pferde stehen! Und das ist wirklich, das liebe ich an dir, mein Schatz! Okay, jetzt kommen wir mal weiter zum Thema, ne? Ne, wir sind jetzt auf dem Weg! Wir fahren jetzt, ähm... Ja, drei, fünf Stunden fahren wir noch! Und dann geht's los! Und dann geht's los! Dass ich meine Sachen gewinne! Wir sind da! Wir haben jetzt geparkt! Im Park aus dem Ella, in ihrem Kinderwagen Wir haben Ella jetzt noch einen Hut aufgesetzt, weil heute ist voll gut, die Leute an mir! Hängt hier hinterher! Komm! Ich freu mich so! Du freust dich so! Oh, wie schön! Ja, ich bin richtig gespannt! Jan möchte auf jeden Fall noch mit mir, ähm, Wildwasserbahn fahren, ne? Äh, Wildwasserbahn fahren! Ich hoffe, dass wir Mia da irgendwie reingeschmuggelt kriegen! Ich weiß nicht genau, wie groß man sein muss! Ähm, ja, das Wetter ist heute auch voll nice! Deswegen, ich freue mich voll! Wir gehen jetzt los! Was glaubst du denn, Schatz? Schaffen wir es heute? Ja, sonst müssen wir hier schlafen wahrscheinlich, ne? Ich schwöre es euch, wenn ich mir was in den Kopf gesetzt hab, ne? Katastrophe! Hier vorne... Hier vorne ist der Bäumchen! Hier gehen wir jetzt schon rüber... Und dann geht's los! Ja, vielleicht haben wir auch Glück! Stellen wir vor, es passiert direkt beim ersten... Ja, dann können wir wieder nach Hause! Wir waren ja gestern schon bei einem losen Stand, aber es hat einfach nicht funktioniert! Und hier ist noch ein anderer! Jetzt will ich mal gucken, ob die auch den Bären haben, den ich haben wollte! Ich glaube, das ist der gleiche! Ja! Wie toll möcht ich gar nicht jetzt mal auf mir mit arbeiten! Das ist doch der gleiche, oder? Ja, ja schon! Hey, wollen wir erstmal was essen? Ähm, ja... Was möchtest du? Den? Du möchtest den Winnie-Kuh? Äh, der kann auch Afterbar! Oh, ich weiß nicht, ey! Stopp, stopp, stopp! Das ist voll schwer, da zu gewinnen hier! Schatz, wie viele Stunden haben wir in der Verbruch? Alter, was wollten wir denn nochmal haben? Oh, was war das nochmal? Wolltest du ein Kuscheltier auch haben? Ich glaube, war das denn der Stitch? Ja, oh mein Gott! Wir haben einmal auch für irgendein Kuscheltier so unnormal... Wirklich stundenlang... Ja, wir waren locker 2-3 Stunden! Nur an diesen Dinger! Nur an diesen Teilen um... Das ist Kuscheltier! Ich bin krank, was sowas angeht! Wirklich! Ja, moin! Wer will denn so einen hässlichen Chucky haben? Also, ich nicht! So, Ella und ich machen jetzt ein kleines Päuschen! Da ist sie! Ähm... Denn Mia möchte unbedingt diese Kinder-Afterbahn hier im Hintergrund fahren! Abi war's? Gut! War gut? Ja, hab ich gefreut! Ja? Hat Spaß gemacht? Ja? Und wie war's für dich? Boah, ich kann nicht mehr aus! War zu toll! So, wir müssen uns jetzt erstmal stärken! Boah, die schmeckt so lecker! Oh mein Gott! Mia möchte jetzt unbedingt Enten angeln! Deswegen werden wir jetzt... Wachen! Was werden wir jetzt machen? Ähm... 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 Und ich füttert Ella! Ja, und sie füttert Ella! Ja, und sie füttert Ella! Los, Mia! Ja! Sag dir mal was Vernünftiges! Ein Grün! Wir haben jetzt 13 Punkte geschafft! Was hast du gewonnen? Zeig mal! Eine Schlange! Ja! Toll! Was machen wir jetzt? Ja! Traust du dich? Ja! Gut! Ich hoffe! Ich freue mich! Mehr als sie, glaube ich! Ich bin so nass geworden! Oh nein! Ja, Mia und Papa sind voll... Hahaha! Schön nass geworden! Warte mal einfach... Mia, wie siehst du denn aus? Ihr seid ja richtig nass geworden! Ja! Guck mal meine Hose an! Ab hier! Komplett durch! Hahaha! Komplett nass, ey! Auch meine Arme, weißt du? Papa! Ella, da haben wir es ja richtig gut, ne? Na, Schatz? Was hast du dir gegönnt? Oh, so geil, ey! Maiskolben mit Knoblauch, Alter! Dass du sowas so gerne magst! Oh, Mia fährt jetzt hier, äh... Was ist das? Kettenkarussell? Und, ähm... Ja, sie isst hier immer noch! Nee, das ist voll geil! Ja... Aber ich find's halt heftig, wie Mia sich einfach wieder traut in sowas zu gehen, weil sie hatte, als sie das allererste Mal in so einem Kettenkarussell war, hatte sie quasi ein Trauma davon. Sie wollte unbedingt rein und dann war ihr das doch zu doll. Dann hätte die Frau da fast aus ihrem Glashaus... Ja, und wir haben da gefragt, ob sie anhalten kann und so, weil Mia hat so gezittert und hat geweint. Aber ging nicht und ja... Aber sie geht jetzt einfach rein, als wäre nie was gewesen. Wir wollen doch nicht, dass Mama und Mia weg sind, ne? Nein... Nein... Das ist doof, ne? Ja... Schoko-Erdbeeren? Ja... Schoko-Erdbeeren? Ja... Abba möchte auch weichern. Okay... Ja? Komm zusammen weich holen? Ja... Okay... Ich glaube, Alice wird morgen Muskelkater haben, weil sie ist halt so ein Bewegungslegastheniker. Und da muss man sich ja schon ein bisschen anstrengen, ne? Zu Ende! Iiiiih, da hat ein Hund hingepinkelt! Ja, die sind schon schöner hier. Die sind mega süß! Guck mal! Und die will ich haben! Ei! Ja, boah! Ich bin gespannt, ob wir das schaffen. Okay, ich hab noch einen. Ich hab noch einen Ass. Ich hab mit zwei Assen. Wir brauchen nur noch die schwarzen Assen. Herz, Damen und sie haben gewonnen. Ey, wir brauchen genau die gleichen wie gestern. Ach ja, das ist nichts. Gestern waren jetzt zwei Pärchen, die waren neben uns. Sie haben direkt gewonnen. Unseren Stand erklären wir unseren Stand. Ey, bitte. Ich will gar nicht darüber reden. Warum? Wir haben jetzt schon wieder genau die gleichen wie gestern. Ja, es fehlen genau dieselben. Genau die gleichen. Wir machen jetzt aber erstmal eine Pause. Und das ist deine Schuld, ne? Wir wollten erst zum anderen Loser standen, aber du hast gesagt, der wäre erst schöner und deswegen will ich den auch haben. Aber wir gehen jetzt erstmal zu dem Greifautomaten, wo ich wollte. Weil ich, ey, ich kann nicht mehr nur stumpflose auch machen. Ich brauche eine Pause. Und, ähm, dann wollen wir erstmal Glumanda holen. Und dann machen wir hier weiter, okay? Ja. Okay. Yeah. Yeah. Was? Es geht los. Es geht los. Ja, los. Wir haben alles verzockt. Alles Geld verzockt. Alles, alles. Jetzt. Ja, wir gehen jetzt erstmal zurück. Jetzt haben wir erstmal neues Geld geholt, ey. Sünde. Aber wir haben immer noch nichts gewonnen. Das kann doch nicht wahr sein. Ich werde es jetzt nochmal in diesem einen Automaten anfassen. Jetzt gucken wir mal, ob Alice das diesmal schafft. Weil ich halte gar nichts von diesem Ding an. Wirklich nichts. Man steckt da nur Geld rein und kriegt nichts wieder. Ich versuche jetzt diesen Trick. Ja, mach. Versuch mal. Er hat nichts gebracht. Ich sag's euch. Das ist so eine Geldverschwendung ohne Witz. Das wird eh nix, ey. Boah. Das wird nicht. Willst du dir einen fangen jetzt noch oder was? Ey, weh, du schaffst es jetzt. Raste aus. Oh mein Gott. Digga. Digga, das ist doch nicht normal. Hä? Ey, das habe ich gleich gesehen. Ey, ich gebe alles jetzt. Kann nicht wahr sein. Ja, ach ja. Ich habe schon einen Kredit aufgebaut, ey. Guck mal, der ist doch schon hier. Der will doch schon zu uns. Oh, Digga. Was ist das denn? Was ist das denn? Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Warte, du schaust da genau. Und sie schenkt mir jetzt Glumanda. Wen haben wir bekommen hier? Nehmander. Glumanda. Yeah. Oh, ich freue mich so. Oh mein Gott. Hätten Sie nicht ziemlich früher kommen können? Oh mein Gott. Das ist so süß einfach. Das ist noch mehr wert, als den einfach aus dem Automaten zu gewinnen. Hätten Sie mich richtig doll gefreut. Mia, bleib. Was machen wir jetzt? Wir gehen nach Hause. Wir geben auf. Ey, das kann nicht wahr sein. Ich lasse es. Ne, wirklich. Ihr glaubt nicht, wie viele lose wir gekauft haben. Wirklich. Das ist... Gottlos. Wie viele lose wir gekauft haben. Wirklich. Mia, sag mal, ey, wir stehen hier schon so lange. Du brauchst jetzt ein Teddybär. Ja, muss man sagen. Wir haben euch einen Monat komplett finanziert heute. Sie hat wirklich ein Teddybär mehr als verdient. Wir waren gestern sogar schon hier. Wo hast du denn deine Kleingewinne? Hi. Hi. Sie hat sie, warte. Wir holen die anderen Kleingewinne. So, Mia, versuch sein Glück. Hier, Mia. Gewinne. Ja, wir haben die alle weggeschmissen. Wir haben gehalten. Wir haben so viele reingeschmissen. Ja, wir müssen jetzt erstmal unseren ganzen Kleingewinne. Ich hoffe, es reicht für den Bär. Oh, wie dumm. Schau, wie noch rein. Alter, wir haben so viele weggeschmissen. Ey, wenn wir jetzt hier Müll rumwühlen, ne? Und das nicht für den großen Teddy reicht. Ich schwör, ich... Ich nehm den Laden auseinander. Du musst gleich richtig mit den Augen klimpern und sagen, ich möchte diesen Teddybär unbedingt haben. Bitte, 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 bitte. Ohne Scheiß. Ich hatte eben so Hoffnung. Jan hat die ganze Zeit den Müll gewühlt. Wie ein Irrer. Pass auf, ich zeig euch wofür. Für dieses hässliche Ding. Für dieses hässliche Ding. Für dieses hässliche Ding. Das ist das Müll gewühlt. So, wir gehen jetzt wieder zum Auto. Ja. Die Moral von der Geschichte. Ey, bitte. Wir haben wirklich sehr viel Zeit heute am lose Stand verbracht. Wir saßen da schon auf dem Boden wie so eine Penne. Ja, wir haben leider viel zu viel unnütiges Geld ausgegeben. Wirklich, guck mal. Ich sag euch jetzt mal was. Die meisten, die gewonnen haben, ne? Es haben ja welche da gewonnen. Haben beim ersten Mal gewonnen. Ja, eigentlich alle. Eigentlich alle, liebe. Ja, eigentlich alle, die gewonnen haben, direkt bei der ersten Packung. Ja. Wenn ihr bei der ersten, wenn ihr Lose kaufen wollt, kauft euch nur eine Packung. Und wenn es nicht klappt, scheiß drauf. Ich habe eben bei Amazon geguckt. Ich gebe XXL Teddy 31 Euro. Wir werden das Doppelte ausgegeben. Wir haben locker mehr als das Doppelte ausgegeben. Weil ich mir einfach auch gegönnt hätte, dass sie halt dann die Treppe hoch geht. Und diesen großen Teddy dann gewinnt. Ist halt anders. Aber ja, ich bestell den dann wahrscheinlich. Und spart euch das lieber. Und probiert es einmal, wenn es da nicht klappt. Dann klappt es halt nicht. Aber, was ich auch noch sagen muss. Ich bin immer noch richtig gerührt. Nicht nur wegen Lumanda, wegen diesem Stoff hier. Sondern einfach wegen dieser Aktion dahinter. Weil ich das so süß fand. Und was für eine tolle Community wir haben. Weißt du? Dass sie mir den einfach geschenkt hat. Also Mia wird den erstmal in Beschlag nehmen. Weil Mia das neueste Kuscheltier ist immer ihr Lieblingskuscheltier. Aber wenn das abgeflacht ist, dann wird der auf jeden Fall einen Ehrenplatz bei mir zu Hause kriegen. Deswegen der Tag heute war trotzdem richtig schön. Ja, wir hatten trotzdem voll viel Spaß. Wir haben uns auch übelst aufgeregt für diese Kacklose. Wir haben auch voll viele Leute getroffen. Ja, super viele von euch. War echt ein richtig toller Tag. Jetzt fahren wir nach Hause. Jetzt gehen wir zum Autofahren nach Hause. Und ich würde sagen, ich beende das Video an der Stelle. Genau. Abonniert gerne den Kanal, wenn ihr mehr aus unserem Alltag sehen wollt. Abonniert gerne diesen Kanal, wenn ihr mehr aus unserem Alltag sehen wollt. Folgt uns gerne auf Instagram. Alicias Mom live. Und Jans Dad live. Und damit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe euch hat das Video gefallen. Genau. Und bis dann. Tschüss.